Um bei eurem Fahrzeug mit elektronischer Parkbremse die Belege und Scheiben wechseln zu können, müsst ihr einmal euer Fahrzeug mit VCDS verbinden. Ihr führt dann einmal den Anschlusstest aus und prüft, ob die Verbindung besteht und ob genug Bordnetzspannung vorhanden ist. Stellt das sicher, ansonsten kann es sein, dass die auszuführenden Arbeiten mit VCDS nicht 100% funktionieren. Jetzt geht ihr einmal über die Steuergerätauswahl in das Bremsen-Elektronik-Steuergerät rein. Dort prüft ihr als allererstes, ob der Federspeicher leer ist. Dieser sollte auf jeden Fall leer sein. Danach könnt ihr in die Grundeinstellung wechseln und den Belagwechselmodus Starten auswählen. Ihr tippt einmal auf Start und es wird folgendes Geräusch bei euch auftauchen. Dieses Geräusch solltet ihr normalerweise hören. Das sind die Bremskolben, die jetzt hinten einmal auseinanderfahren. Ihr könnt jetzt also ohne Probleme einmal eure Belege und Scheiben wechseln. Bevor ihr da allerdings mit anfangt, geht hier einmal bitte auf Stop und dann auf Zurück, weil wir noch einmal in den Fehlerspeicher reingehen wollen. Dort sehen wir nämlich zum einen, dass das Ganze gerade aktiv ist und zum anderen müssten wir einmal den Fehlerspeicher löschen. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Zurück, Fehlerspeicher und dort sehen wir einmal den Eintrag. Das ist völlig normal, dass dieser Eintrag jetzt gerade hier steht und den könnt ihr einmal ganz bedenkenlos herauslöschen. Wenn ihr eure Arbeiten fertig habt, ihr habt eure Bremsbeläge und Bremsscheiben gewechselt, geht ihr wieder in die Grundeinstellung rein und wählt diesmal Belagwechselmodus Beenden aus. Dann drückt ihr auf Start und ihr werdet wieder das Geräusch hören. Die Bremskolben fahren jetzt also wieder zusammen und das war dann im Prinzip schon eure Arbeit. Das Ganze hört sich dann natürlich genauso an. Ihr hört wieder das typische Geräusch. Und das war es jetzt hier erstmal soweit. Es gibt natürlich noch eine Sache, die ihr jetzt wieder machen müsst. Und zwar geht ihr jetzt einmal wieder hier zurück und wieder in den Fehlerspeicher rein. Denn dort ist wieder der gleiche Eintrag drin. Und auch diesen hier könnt ihr einfach bedenkenlos rauslöschen. Und das war es. Ihr seid fertig mit dem Wechsel der Bremsen über VCD-S. Wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten seht ihr hier nochmal ein Video, was ich euch empfehle. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020